Hallo Leute, Matthias Hüther hier aus dem wunderschönen Thailand. Ich hoffe, dass man mich hört. Es hat gerade angefangen zu regnen und da bratscht sich was zusammen, so wie es aussieht. Also schauen wir mal. Ich muss jetzt jedenfalls mal hier zugucken. So, das ist schon besser. Sind wir zumindest geschützt hier von zwei Seiten. Wenn der Wind von der Seite kommt, wird alles nass hier, aber da kann man nichts machen. Also Leute, wieder mal ein Strich durch die Rechnung, der kann, hat heute früher Zeitraum gemacht, wollte rasenmähen, hat angefangen und jetzt kommt Regen. Ja, was können wir sagen, ist immer was, aber gut. Mich freut es, wenn es regnet und ich hoffe, dass es richtig, richtig regnet heute, also mit allem Grunde dran. Okay, dann müssen wir hier raus. Also man sieht es. Ist auch ein bisschen laut, aber ich glaube, man hört mich noch. Der Gang ist ins Trockene geflüchtet. Ja, hat angefangen zu mähen und dann. Gut, dass kein Wind ist, also sieht es schon gut aus. Regen braucht jede Menge, Sturm braucht kein Mensch. Das ist meine Ammonrat, die ist alles noch schnell ins Trockene. Gut. Wir müssen ja heute noch auf dem Markt, die wollte ja mit dem Motorrad fahren, aber wenn es Regen hat, muss ich sie halt wieder selber fahren, Leute. Das wird schon langsam. Ich sage immer, nee, ich fahre nicht mehr. Und dann eben doch noch. Ich meine, was soll ich machen? Ich kann sie nicht mit dem Motorrad im Regen am Markt fahren lassen nach Surin. Das geht nicht. Das ist auch zu gefährlich. Man sieht, hier hat der Gang gemäht. Ihr wollt jetzt noch das Gras schnell zusammen fegen und unser Tau angeben. Aber leider, jetzt ist er schon nass, aber gut. Tut jetzt dann ins Trockene und wird dann morgen verschüttert. Unsere Mimi hat Angst, denn das hat auch ein bisschen gedonnert. Und ihr habt immer Angst bei sowas. Ja, miei. Die zittert richtig am ganzen Körper. Ja, ist doch schön, wenn es regnet, Leute. Wirklich. Vor diesem Regen, es war so schwül, so richtig erdrückend, die ganze Temperatur. Und jetzt, wenn es regnet, ist alles so ein bisschen, also man kann da richtig aufatmen. Ja, raus kann ich jetzt leider nicht. Sonst werde ich gleich nass. Ja, unsere Reisfäder, die haben dringend Regen gebraucht. Die bräuchten eigentlich jeder Menge. Wie ich schon sagte, eigentlich sollten sie schon lange geflutet sein. Aber gut, ist noch nicht zu spät. Wir haben ja Regen vorausgesagt, nicht? Also, es hat ja schon die ganze Zeit an fast Regen jeder Menge gegeben. Auch Überschwemmungen, auch Hochwasser, alles Mögliche. Nur bei uns war bis jetzt noch so gut wie, ja, nichts kann man nicht sagen, aber es war herzlich wenig. Oh ja, nehmt. Oh ja. immer wenn es donnert, kriegt die Mini Angst vor Kühen und Bückeln hat sie keine Angst aber wenn es donnert, dann verkriecht sie sich und dann verkriecht die K cease und dann verkriegt sie etwas論es Ja Leute, man sieht es, Regen ohne Ende, also mal sehen wie lange, vermutlich wird heute nichts mehr, mit Grasmähen und so, kurzer Blick in den Teig. Ja, also unser Teig verträgt noch jede Menge Wasser, da kann es noch ordentlich regnen. Man sieht, jetzt ist das Wasser ziemlich gut, ziemlich klar, aber nach jedem Regen sieht es dann ein bisschen lehmig aus, weil das ganze Erde und Sand wird ja auch in den Teig angespült. Unsere K810 sind hier im Trocknen, die geben ab und zu mal Wasser. So wie das aussieht, dauert es noch. Ich muss mich jetzt irgendwie wieder zurückschleichen auf unsere Terrasse. Ja, unsere Amonrat und unsere Mimie, sie sind zusammengerückt. Ja Leute, es regnet immer noch. Mal sehen, wie lange es dauert. Es kann auch irgendwann aufhören, es kann aber auch die ganze Nacht noch regnen oder auch mehrere Tage ist alles drinnen. Ist ja Regenzeit, ne? Okay, ich beende jetzt erstmal das Video. Ich wollte eigentlich gar keins machen, aber bis es angefangen hat zu regnen, war ich irgendwie so begeistert und wollte das einfach mit euch teilen, ne? Also wie gesagt, wir brauchen Regen hier jeder Menge, bis mein Teig überläuft. Eigentlich, dann wird es okay. Okay Leute, also euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und Tschüss.